Hallo und herzlich willkommen zu meinem unkreativen, improvisierten Kanal-Trailer. Ich bin Master of und ich leite diesen Kanal. Ich bin Let's Player und darum ist dies Jahr auch ein Let's Play-Kanal. Rechts seht ihr meine 5 Projekte, die ich aktuell Let's Playa, darunter Donkey Kong Country, Dropic of Freeze, ein Jump and Run von Nintendo. Äh, The Guided Fate Paradox, ein rundenbasiertes Rollenspiel von Nis America. Äh, Invisible Inc., ein rundenbasiertes Agenten-Strategiespiel von Clay Entertainment, welches in der Alpha-Phase derzeit steckt. Äh, Penumpra Requiem, ein Rätsel, ein mysteriöses Rätselspiel, wovon ich annahm, dass es ein Horrorspiel ist. Äh, ich hab die ganze Reihe gespielt und könnt ihr in meinen Playlisten verlängert, ist aber das Aktuellste. Und zwar ein Erforschungs-Überleben-Sammel- und Bauspiel, in dem es darum geht, zu erforschen, zu sammeln, zu beleben und zu bauen. Man hat eine Auswahl über mehrere Planeten und kann sogar an Heimatplaneten festlegen und es ist erst in der All-Beta-Phase. Beta, haha, genau. Wenn euch irgendwas davon gefällt, schaut doch rein und, naja, wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Mag-Ich hier oder ein Mag-Ich-Nicht. oder kommentiert, wie ihr unten auf diesem Bild sehen könnt. Ja, das soll dafür stehen, dieses Daumen nach unten, nach oben, nach unten und die Tazutur. Ja, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert mich doch. Und ansonsten, schaut einfach mal rein ab und zu, wenn euch irgendwas gefällt, ja. Ja, gibt's hier nicht zu sagen. Und wir sehen uns dann bei einem meiner Projekten. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und tschau.